So dalle, servus miteinander. Ich habe die Teile jetzt über Nacht da drin gelegt und jetzt schleifen wir die mal alle schön auf Form und gucken wie es weitergeht. Bis später. Bis später. So dalle, ich habe die Teile jetzt alle ein bisschen Dimension gelegt. Die sind jetzt alle ein bisschen flach und sind so schön geschmeidig jetzt aber. Jo, das war's für mich. Scharf wäre. Ich bin raus für heute. Ich tue die Morgen alle voll fertig machen mit Öl einlassen und mache vielleicht aber heute schon eins fertig und mache ein paar Fotos. Dann gibt es da noch vielleicht so fertige Bilder von den ganzen anderen Sternchen. Jo, ich bin raus. Bis dann.